folgt mir zusammen herzlich willkommen zu einer neuen runde league of legends ich bin balu hier und es freut mich dass ihr dabei seid heute in der runde mit dabei ist der blue fox der ohne der shanks und der zora und ich spiele heute sind einfach mal in der hoffnung dass ich damit gut klarkomme auf der top lane ganz alleine und ja gibt es drei würde ich sagen sogar lohnt sich der nachfüllbare tag oder ist das verschwendung bevorzuge denn nicht unbedingt ja komm dann lasse ich das erst mal zu viel in dem den an sich weil wenn du dich halt zurückport ist das zeit wieder zwei tränke ja aber ich habe eigentlich vor oft alleine also zurückzugehen so unbedingt keine ahnung schauen wir mal du machst den dann gehst du hier zu den wölfen dann machst du den blubuff dann kannst du die crepe noch machen und dann kannst du probieren zum beispiel bei louis zu gänzen nicht mich gänken der beste der beste der beste wardspot für mich ist ganz normal hier vorne in den büschern oder lieber woanders okay und ich habe die es hier oben alleine oh das ist aber interessant bei mir bei mir ist unten der komische typ sie pusht schon ein bisschen ja dann auto denkt alles was ich nicht und nahe fest ist mir egal aber ja der look also gut angedämmelt schon ja so im nachhinein gift für alle gisela 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 ach lady lady of the lake hätte ich doch mal besser den trank mitgenommen hätte ich gewusst dass ich den fernkampf die die hier oben habe das gibt es gar nicht okay okay das wollte ich ja nur dass euch alle klein wollte ich ich glaube ohne das geht nicht ohne mich das ist dumm das macht man noch nicht so schade wäre es so gewesen hätte ja auch gehen können ich war nicht wie viel sie hatte wenn er ja auch nicht braucht man kann ja mit der map einfach mal unten draufklicken ihr habt ja alle festgestellte kamera nein ich nicht festgestellte kamera ich glaube ich bin ich also es ist im übrigen gerade jedoch nichts wieder da gisela 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 ist das ist keiner mit ich bin noch zurückgegangen habe ich gesagt sie dumm alter wenn die mir hinterher und lande noch im turm wo ich hätte mal gift anstellen können dann wäre es kann ich da irgendwas was machen mache ja dann machen wir mal damit dann hier oben nur so zur info also man muss wissen er quatsch ohne musik gucken wenn er bei denen drüben bald was klauen hat aber da ja den christ wahrscheinlich nicht wie einfach deine spots ab der ist halt schon vor die im level und wahrscheinlich hatte ich auch im gold wahrscheinlich ne wo gehst du hin ohne nach unten hier in deinem wald einfach in deinem wald wieder zurück und dann macht die spots einfach nach und nach da und da und da und so ah ne das eine war eine blume entschuldigung ah die esch ist wieder da hallöchen ja wenn du auf die map guckst siehst du ja diese ganzen gelben beziehungsweise ich sag mal ohne schlimme punkte auf unserer seite geht seit immer wieder ab und du holst sie dann nen diamant als erstes item vor dir dieses jungle item ausbaust einfach damit zu und du machst wie erst so wenn ich den jungle lighter bachscheiße das war zu früh da hat wohl jemand angst vor mir kommen doch respekt auch schon von mir naja du hast ja einmal getötet das ist respekt einflösen zweimal ok tschuldigung wollte nicht deine ehre nehmen weißt du wir müssen nach dem armen mal seine ehre lassen nach nach dieser nach 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 hat keine nach 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 hieß macht doch diese nicht das und somit ist leer also du könntest eine lustige ohne du bist naja wenn es nicht mehr und vorbeikommen ja alles gut wer ist gestorben wer ist unfähig gestorben ich brauche jetzt mal schuhe ich bin falls viel zu lahm hinter der her so du hast du das war glaube ich nicht so schlau als er gekauft habe verdammt okay das wollte ich nicht kaufen egal koste 150 nicht ganz so dramatisch übrigens miss oben wahrscheinlich sie aber zurück shoppen gegangen also oder sie ist in der mitte muss aufpassen kleiner blue fox ja das ist nicht sie aber schon okay den kannst du dir fast holen wenn die zwei auf einmal ist was mir lieber so ein bisschen zurück lieber ja sicher ist sicher ein bisschen mal noch ich hab noch der wird geändert oder ist jetzt geändert worden für die leute wie das hat er später gucken kann bleiben dann geht mal wieder zurück das hat sie ich bin jetzt schon gekauft damit stemmen schuhe okay der bleibt auch kein mana hätte ich müsste versucht dann die beiden glaube es die lux hat nicht so glaube ich ich brauche auch in familien nein eben nicht du musst dir halt solche items kaufen die einfach passiv generieren also ohne wenn jetzt gleich mal weiter jetzt ist zu früh aber wenn jetzt gleich langsamer hoch kommt da kann ich ja packen wenn du willst mit einer ulti oder so muss man noch bescheid geben okay ja ja los kommt wo sie dir das war verpackt in dem moment ist ausgewicht die macht ich vor allem jetzt noch weg ja ja das war dumm also da ich habe gesagt gefecht bin da weg nein bist nicht ja also ich glaube hier oben die ist leider gefiltert schon ich kann da nicht mehr ganz so viel machen hat sie den red bar von uni auch noch weil sie auch nicht frag nicht frag nicht so schwierige fragen auf die ich die antwort nicht weiß auf jeden fall macht die lady of the lake ganz schön schaden ich habe wieder den einen äh lang da bei mir ach mann geh weg mit einer scheiß feuersäule der jungler könnte auch in eure richtung gehen aufpassen also runter so und dann hätte die weiter ich weiß nicht wie man mit mit so einem tank gut gegen einen fernkämpfer klarkommt der hier oben rum rennt so weißt du ist mein problem nicht so die routine da drin man geht ihm um keks ich glaube der obere tower geht da und wenn ich dann nicht gleich mal irgendwie ein bisschen hilfe kriege das ist nämlich nicht was ich machen soll ich muss erst mal eben back und hat keine gar nichts mehr haben sonst fiel ich nur wieder rein und das wollen wir alle nicht ob ab immer nach kriegst auf jeden fall ein shutdown wenn du sie kriegst aber die hat noch ihr ulti reddenk dran so was jetzt holen wir haben und sehr gut dankeschön ich muss da habe ich habe ich so ruhe okay kann sie dazu du hast auch ein paar mal ganz gut verfehlt noch anfänger bin ja noch nicht eine stufe weitergehen die luxe und kreis eigentlich gut hin und ist das erst mal jetzt am tor dran warum kriege ich einen sondern so ein geld symbol wenn wir ein tower platt machen oder so weil du geld bekommst ja aber also nur dafür dass ich ihn beschädigt habe auf eine gewisse stufe du hast es ist doch im fünf leben unterteilt ja jetzt nicht mehr aber es war ein fünf leben unterteilt und für jede abschnitt den du klias kriegst du geld seit wann ist das so was hat diese sich denn geholt sie hat schon eifer okay und klingelt es ja stürzt das ff pass auf also nur zur info so viel kann ich oben nicht mehr machen ich werde sie beschäftigen aber das war auch schon ich hasse das nicht wirklich ausweichen das ist nicht so gut hier oben sollen wir tauschen oder sogar willst du hier die gisela man die geht kommt kommt in die mitte achtung was auch nichts er machte ich genauso blatt ich werde gegen sie auch keine chance ich habe dich gewarnt ja mit der erst ja aber dass alle kommen ja aber wenn du weißt dass einer kommt hätte man schon ein bisschen zu tower gehen können ja es wurde die eine bisschen risky war das schon aber ist egal ist doch egal ist doch egal ich besuche ohne dass wir sehen ja und die pass auf und die vorsicht da kann es noch einer von sagen kommen die erst kommt von sangen kann sie da leider gerade also sich über die blumen kaputtiert da hau dir die wurde die ich komme dazu ja auch drauf doch so nicht nach scheiße den einen aber ach komm natürlich was ich muss unbedingt auf die fans gehen gegen die unbedingt mehr war erstmal dass sie fertig bauen es müssen um es müssen nur zu info nicht falls sie wieder in der mitte kommen ja ja sagt ihnen das mal und glaubt es interessiert die nicht so richtig in einer liebe looks ja die ist ein bisschen hart jetzt sie müssen wir einmal immer immer rausnehmen wenn überhaupt lass mir den blue am besten du brauchst du nicht unbedingt aber du kannst einmal mit jetzt egal jetzt egal weg oder ohne da kommt was in den wald lass uns den mal auflauern hier oder so oder kannst du mal blutgeruch machen da sehr gut sehr gut schön gemacht einzig problematisch ist wirklich diese blöde erschien und das sind auch noch ich schuld das ist das schlimmste daran die ist halt echt nicht so ohne wenn ihr die seht immer schön ausweichen ihr einfach keine möglichkeit geben euch zu töten ja ne ich weiß ich bin gut in sowas in schlaue in offensichtliche dinge aussprechen bin ich super was hat die denn magie resistent oder physische resistenz hat mich direkt von hinten genommen ja die war die ganze zeit nicht dabei haben wir gesagt dass die da irgendwo rumturnt ja aber wenn du nix nach ich mach nichts ohne mach dich mal da unten bereit zum helfen unten ja ok er hat er anscheinend erledigt wir könnten mal versuchen den drachen zu machen aber wir müssen immer aufpassen dass die es wieder nicht kommt die ist nicht in der mitte ja die hat uns gerade gesehen die haben gerade ein wort da ist aber doch schon wieder unser freund unser nächster nein wir gehen den zwischen kollege wir gehen da kommt ja ist egal drauf drauf noch kriege ich noch wenn wir alle ihr müsst jetzt dann irgendwie jetzt hast du und die redet irgendwas geht doch weg 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 ja du darfst deine ulti für nichts anderes mehr verwenden außer ash hier erstmal wieder top lane immerhin haben wir sie jetzt mal exekute das gab geld für alle das war schon mal ganz gut ich schenkst du solltest nicht so weit alleine vorlaufen das ist ganz klar dass sie dir eine falle stellen gewerrschung sich zu sein ich weiß in der mitte ich gucke aber gerade mal das hink ist gerade hervon da ach so so was ist das ok er schießt in der mitte gerade vor dem habe ich keine angst ich dachte sind beide war die wasser vorsicht kann von hinten kommen nicht mehr weg glaube ich oder ist es wie bei mir wir lassen sie einfach ach komm natürlich ich hasse kane mit kane habe ich auch richtig probleme gerade ja ich hätte noch einen hit machen müssen der rennt vor mir weg der lackt weg das ist kacke die hat schon leider ein bisschen viel getötet dafür kann die luchs nichts wir sind wieder bitte dann alle gut dass sie nichts gesagt habe von unten naja eure zwei helden waren auch da von unten wo hast du denn jetzt hin geflasht oh nein die sind da noch ne vorsicht genau die sind nur am ganken gerade die ganze zeit was anderes machen die gerade nicht das war fast getroffen es ist halt aber ich dachte hier in die richtung wir sagen wir brauchen ohne der die esche rausnimmt und den rest oder so so geht es unten ja jetzt wollen wir noch den unten auch verleihen würde ich sagen so ja gut stimmt hätten wir einfach machen sollen aber dürfte gleich passen das war so dumm ich glaube ich gehe mal weg ich gehe mal versuchen den top tower durch zu pushen wenn es irgendwie geht oder sowas weg schon mal kaputt und die wuchs geschnappt da ist er hat und so war da kommt einer komm in meine richtung das ist so ätzend dass der so viel schaden macht während er wie lange bin ich denn noch gestunt alter ich hätte ihn gekillt aber nein aber ulti wie mag die so gut ich von dem absolut nicht fünf jahre gestunt war bitte länger an das nächste mal dankeschön wie es aussieht ist erst wieder in der mitte in der mitte in der mitte so los vorsicht vorsicht die kommt runter vorsicht 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 genau die kommt zu dir am besten gehst du bei sowas dann immer in die Büsche und teleportierst dich wenn du es kannst die kommen glaube ich alle runter und gehen wieder hoch zu mir wie es aussieht ja immerhin gab das gut geld als wir den jungler gerade ausgenommen haben hoch achtung ohne ohne zurück ohne zurück ohne zurück dass man nur okay die gewährleistung ich weiß nicht ob wir die zu zweit schaffen ich werde zwar stabiler aber nicht kommen muss man hier warten vielleicht push die durch falls ja dann gehen wir einfach wenn sie kommen dass du ein ulti ready ja ja warte ich weiß nicht ob sie uns gesehen hat okay dann drauf mit einem ulti los los geht's halt dann ganz scheiß ernst man auch man er aber auch nicht in dem in den massen feiern hätte er einfach trifft können freuen erst wenn er näher dran ist oder so jetzt kommt er wieder ja ja aber 3 zu 1 ist keine gute Öl-Statistik. Klar. Aber du hättest doch nicht reingehen dürfen, nachdem er sein Ulti verkackt hat. Ja, aber wo hätte ich dann hingehen sollen? Weg. Einfach nur weg. Das war so schlecht. Er hätte erst seine Ulti treffen müssen und dann hättest du hinterher gehen dürfen. Okay. Ihr weißt ja nicht, wie lange der durch die Ulti gestunnt ist. Lang genug. So lange. Lang genug, dass du locker hinrennen kannst. Was ist los, Oni? Nee, ich lese es nur. Forward, Kalei 12. Vor 1,5 Sekunden. Ich glaube, die waren Baron-Freunde. Kann das sein? Mit wem denn? Ash ist tot. Ja, aber die anderen nicht. Zwei sind in der Mitte. Hey, du, Grant alleine können das nicht machen. Der Kane, der macht mir zu viele Probleme. Ich kriege es nicht alleine. Das hast du gemerkt. Ich schon. Kane haut mir so um. Das war jetzt mein Problem. Ich konnte auch nicht mehr fliegen. Das Problem ist nur, wenn ich den fast down bekomme, macht er seine Ulti und dann hat er mich. Ich glaube, die hat was gegen Mist. Direkt die Ulti gegen mich ist gezündet. Fies. Habt ihr nichts getan? Doch, haben Baron. Sag ich ja. Lass ich den Baron holen. Oha, ich... Ach, schon wieder auf mich den scheiß Flash. Really? Was denn da noch gesagt? Ich mag Prent halt echt nicht. Ich mag Kainos. Hab's euch gesagt. Ja, ich drück kein Damage, aber ich hab auch einen Stun. Ich mag Kainos. Fertig tun mir immer auch. Mobbing ist das hier, was die mit uns machen. Mobbing. Bisschen habe ich sie zurückgehalten. Könnte man ein bisschen weiter tun. Ich bin noch tot. Du musst deine ehemal da rein platzieren einfach. Da hab ich ja gerade schon. So ein bisschen hab ich's ja. Nicht wieder rein, nicht wieder rein rennen. Warum rennst du denn weiter drauf los, wenn du eine Fähigkeit eingesetzt hast? Du musst dann einfach weggehen. Fähigkeit einsetzen, zurücklaufen. Fähigkeit einsetzen, zurücklaufen. Braucht er jetzt aber nicht hin. Brauchst du auch nicht, wie sie gehen. Ja, das würde das jetzt für mich so rein, äh, ein bisschen was machen kann noch mit der Lippzeit. Wo ich ja hier kann auch mehr reprieren. Oh man. Wo singen die die? Das macht mir jetzt mehr anders. Ja, Drake machen, nee. Wobei, der ist nicht da. Sind weggegangen, weil wir alle jetzt responsoren. Die werden jetzt wieder neu pushen. Genau, die suchen sich wieder mehr und dann jetzt weiter. Versucht einfach, euch nicht zu sehr aufzuteilen. Wenn, müssen wir als Gruppe zusammen irgendwo hingehen, sonst wieder nix. Ja, ja, schon klar. So wie ich zum Beispiel gerade. Ransom klubst in der Mitte. Wundern ist der Tower down, ne? Ja, ich mach weg, ich mach weg. Oh, meine Fähigkeiten, man. So wenig Schaden, ehrlich. Schon fast gar nicht mehr. Und den Korn, safe? Ja. Oh, komm. Ich hasse, Bram. Oh, no. Es ist halt so. Ja, er stun. Oh, stun, stun. Die, jetzt haben die gewonnen. GG. Das war keine gute Runde, aber ist egal, gehört dazu. Ich mach mal so. GG. Ach, ja. So ist das halt. Mal gewinnt man, mal verliert man. Und wir sind ja noch am Üben. Ja, wie war das? Mal gewinnt man, mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Genau. Ja gut, Leute. Aber ich würde sagen, das war es mit der heutigen Folge davon. Sorry, dass wir nicht gewonnen haben, wir üben noch. Bis zum nächsten Mal und bleib schon feurig. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020